Einen wunderschönen guten Tag von uns. Wir heißen dich herzlich willkommen. Heute gibt es die Voranmeldung für unseren neuen Online-Kurs Glücklich und Gesund. Wir sind Julia und Richard. Ich bin Meditationsleiterin und Coach. Genau, ich bin Ernährungsberater und über diese acht Wochen Kurszeitraum auch dein Fitnesscoach. Wie du wahrscheinlich auch, sitzen wir gerade viel zu Hause. Wir können ja nicht raus. Deswegen ist uns aufgefallen, dass es sehr wenig Bewegung in unserem Alltag gibt. Sehr, sehr Eintönigkeit herrscht. Man meistens nicht wirklich motiviert ist, gesund und vor allem lecker zu essen. Und wir sind auch irgendwie gestresst dadurch. Das Problem dabei ist, dass du dich weniger bewegst als in deinem normalen Alltag. Dadurch wirst du natürlich anfälliger für Stress und Krankheiten. Und deine Ernährung ist nicht gerade die beste. Damit machen wir jetzt Schluss. Und genau deswegen haben wir in über 80 Videos professionell und vor allem praxisnah und praxiserprobt, dir zusammengestellt, wie du deine drei Säulen der Gesundheit, also deine Bewegung, einschließlich des Trainings, deine Ernährung und vor allem deine Entspannung unter einen Hut bekommst. Außerdem haben wir noch ein Bonusmodul für deine Kinder zu diesen Themen vorbereitet. Lerne entspannt, wann und wo du willst. Werde jetzt aktiv und sei dabei. Melde dich einfach über den Link unter diesem Video zu unserem Early Bird Preis von 40 Euro statt 120 Euro direkt jetzt an. Fehlt dir die Motivation dazu? Hey, gar kein Problem. Such dir doch einfach einen Trainingspartner oder eine Trainingspartnerin. Wenn du es schaffst, mit jemandem dich zu zweit anzumelden, schenken wir dir sogar noch einen dritten Zugang ganz kostenlos dazu. Nutze ihn für einen Familienmitglied, irgendjemanden in deinem Verwandtschaftsfeld oder zum Beispiel deinen Lieblingsnachbarn. Trage dich jetzt über den Link direkt bei unserem Anmeldeformular an und erhalte dann die notwendigen E-Mails von uns und auch eine Erklärung, wie es für dich weitergeht mit unserem Videokurs Glücklich und gesund. Du wirst fitter werden, vor allem entstresster werden, heißt also wir entschleudigen dich vernünftig und du wirst dich gesund ernähren. Hey, wenn es weiter nichts sein soll, gar kein Problem. Trete dem Stress gestärkt entgegen und finde zu neuer Kraft, Gesundheit und Freude mit unserem Videokurs Glücklich und gesund. Wenn du Fragen haben solltest zum Kurs, dann melde dich doch einfach bei uns. Wir sind auf jeden Fall für dich da und wir helfen dir und unterstützen dich, wo wir nur können. Jetzt gilt uns nur noch eins zu sagen, wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem Erfolg auf deinem Weg. Wir sind immer hinter dir, stehen zu dir, viel Spaß und viel Erfolg.